Ich bin der letzte Idiot, ey! Wie machst du dann ohne Scoop? Auch aus der Hüfte meinst du? Aber eben hattest du auch kein Scoop drauf, oder? War das Buggy bei mir? Aber man hat nur Flashbangs, oder? Schlechbangs. Hab ich ja auch mal testen können. Hm. Ah. Oh komm. Hast du gescopet, oder nicht? Ja. Und ich hab jetzt mal nicht gescopet, weil du es gesagt hast, dann hast du natürlich direkt in die Hose gegangen. Arschloch. Feldspalte geworfen. Wirst du nicht kriegen. Kannst du nicht sehen, was du eintippst. Haha. Hey son. Kannst du auch sehen. Ist das deine Lieblingswaffe? Ist das nur eine? Wer ist das? Ich hab jetzt endlich mal geaimt ordentlich und geschossen, aber ich dachte, ah! Bevor ich jetzt wieder Dauerfeuer draufspray und keiner ist wieder tot. Ja, aber das, was ich komisch finde, wenn du dann so nach links aimst, dann zuckt der bei dir ja auch so, oder? Du kannst ja gar nicht flüssig, selbst wenn du ganz langsam aimst. Rumgucken nach links rechts, das geht ja gar nicht. Oh fuck, alter, ich hab' den. Was denn? Schick dich jetzt, Junge, pass auf. Ja. Du wirst es jetzt kriegen. Ich werd jetzt schön auf die Baum bekämpfen. Du kannst da rumkriechen am Baum. Zieh dich. Schönen Rücken. Nein. Das ist schon ein bisschen strecken. Dann habt ihr die ganze Zeit geguckt, wie du da rumläufst. Ich wollte schon mit der Drohne zu dir fliegen, da hast du gesagt, wo bist du hingelaufen? Dann hab ich gedacht, ja gut, weißt du mal ein bisschen auf Distanz. Hehehe. Hehehe. Das ist ein FK, das sieht aus wie ein S-K, ey. Oder eine Mosi, oder so was. Das war kein A-K, das war kein A-K, oder? Scheiß auf die Bombe, wer braucht das schon? Das war kein A-K. Das war kein A-K. Der Zone ist gar nicht geplant. Das war kein A-K. 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 Ich bin nicht so fertig Wie weit bist du denn noch weg, Alter? Richtig? Nee Ah, schade Wie ist er auf mich? Hast du echt auf mich geschossen? Warte mal, ich lass es probieren Wenn du jetzt hier abknallst Ach, schade Das stimmt gar nicht, Alter Das stimmt gar nicht, Alter Du? Was ist denn? Aha In die Fresse, Alter Bamm Ja, aber ich habe auch gerade die Bombe genau im Blick gehabt, weil ich wusste, dass du die geklauen willst Aber ja, hab dann auf dich geschossen und irgendwie hat er sich so an den Baum, weil er den Baum links hatte auf der linken Seite, hat er die Waffe so schräg gehalten Und ja, hat es halt dann wieder gar nicht gemacht, so Jaja, weil er dann, äh, ne, das siehst du halt gar nicht richtig Er hat sich so ganz leicht, ganz dezent an den Baum angelehnt und die Waffe schräg gemacht, so minimal Aber hat deswegen halt gar nichts getroffen, ist schon scheiße, ne? Jaja, in die Hände aus Hupf 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 So Es sei, dass ich mich gerade selber ausgelistet habe Das war ne Das war ne Ich bin tot Ja aber Ja aber wie kann ich tot sein Wir müssen gleich mal Flashbangs aufeinander werfen Ja aber es gibt ja kein Inventar nix Du kannst halt nicht mal Nix kannst du machen Alles geplandet mal Das war Das war Du hast mich getroffen Hä Ich seh nix Wo ist er denn der dumme Wichser Egal Das finde ich halt so komisch manchmal mit dem Ich weiß nicht Rechte Arm Linke Arm Weißt du wie ich mein Als würde der vorne festhalten und mit dem linken Arm Als einziges Das aimen und dann halt viel zu hoch und so Dieses hochkippen Echt links ist irgendwie smooth so Oder eher was heißt smooth ne Der zuppelt halt trotzdem voll Auch wenn du langsam machst Aber nach oben unten Bewege es minimal Und der ist einfach Bup 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 Du wirst ja gar nix mehr Du zieht da halt komplett am Schaft Am, am, am Grip vorne Das ist halt asozial Ja, eigentlich nix anderes machen Außer dumm auf die Bomber rennen, oder? Das sieht man noch nicht gesehen Ja, ich hab dich echt nicht gesehen Wohin denn? Einfach, hast du mich gesehen, oder nicht? Hätte ich nicht sagen sollen Dann hätt sie nicht nochmal geschossen Wird ja nix sagen sollen Ist halt in dem Wald auch Du kannst halt so derbe abcampen Irgendwie sie Als Bombe suchen Habe ich ja auch gar nicht so Lust Mir ist wieder da durchzusneaken Wenn ich ehrlich bin Wir suchen da Ja, ich war mir voll unsicher Ich hab irgend so'n Schwamm gesehen einfach nur Bist du tot? Ja, ok Stimmt Habe ich dich mir im ersten Schuss gekehlt? Ja, hast du mich auch vorm Krabbeln gesehen? Ja, hast du mich auch vorm Krabbeln gesehen? Weil da war ich mir überhaupt nicht sicher Ob du's warst und wollte nicht meine Posi wasten Und dann hab ich gedacht Und dann hab ich gedacht Ja komm Kletterst du quasi auf dem Baumstern Das ist ja auch ein bisschen das A und O Bevor du deine Position verrätst, ne? Das ist wieder ekel, glaube ich Ja Ja Wohin, wieso krass, ey? Allein die Sicht so? Und ich find' ich irgendwie lustig Wohin, wie so krass, ey Wie gesagt, das Ding ist, das fühlt sich halt einfach auch ein bisschen kaputt an. Leiser, wenn man sneakt. Oh. Nein, nein, nein! Nein, nein! Aber ich bin weit gekommen. Weit gekommen, die hatte die Granate, da wirft die halt echt nur sehr scheiße. Ich weiß nicht, ob man da ein bisschen tricksen kann, wenn du so richtig weit nach oben guckst und so, dass wir das nochmal testen. Ob ich bis zu dir gekommen wäre. Wirklich, mit der Nate auch. Aber das hatte ich auch gesehen, einfach Bombe aufheben und weglaufen. Und dann defusen. Kannste da nicht hin. Biss! Genau! Ähm gar nicht von rechts. Der linkse Bödel. Nein, ich bin links. Hä? Ich wusste nicht doch gar... Ja, gehst halt weiter dahin. Ich bin rotiert. Ich bin nicht doof. Ja, oder dich einfach abknallen. Doch woanders war. Die Bombe doch voll im Blick, du Wichser. War zum Anfängen. Ja, lass mal... Ist ja nicht mehr lang. Lass mal irgendwas machen, wo man gut zusammenarbeiten kann. Wo man mit der Drohne, falls einer stirbt, die Calls geben kann, wie die Bohrinsel oder so. Bietet sich dafür gut an. Echt? Aber du kannst halt easy drum herum fliegen und Calls geben und den anderen Scheit sagen. Hä? Ach, Zeitluke. Ja, ich hab dich einmal kurz gesehen. Schon so vier Sekunden vorher, war mir nicht sicher. Hab gedacht, gehst du noch ein paar Schritte nach links, dann guckst du besser. Ja.